Hallo, Ares. Hey, hier ist Papa. Ich hinterlasse dir einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Wie geht's dir so? Er wollte wissen, wie es läuft und ob du vielleicht, weiß nicht, noch sauer auf mich bist. Äh, jedenfalls, ich, ich könnte Hilfe gebrauchen. Ähm, hast du vielleicht rein zufällig, dass die Berkel in Heraklion mit dem Denkmal mitgekriegt? Hast du, ja? Hattest deine Gefühle verletzt? Meine schon. Okay, bis dann. Oh, ja. Interessant. Okay. Klingelingeling. Wow, keine Sau zu Hause. Kann doch nicht sein. Äh, hi, Athene. Hey, hier ist Papa. Hast du vielleicht Interesse an einem Mythos zu schauen? Hallo, hallo, äh, Apollo. Hier ist dein Vater. Ähm, hallo, Aphrodite. Hier ist Daddy. Artemis, ähm, hier ist Papsilein. Ist vielleicht mal jemand da? Hören die sich das überhaupt an? Weißt du noch? Dein Papsilein? Hermes! Nimm den Hörer ab! purr, tein Papsilein Untertitelung des ZDF für funk, 2017